SC Freiburg oder VfL Wolfsburg? Ja, klar. SC Freiburg. Maxi Philipp verließ den SC Freiburg 2017 in Richtung Dortmund für 20 Millionen Euro und konnte danach nie wirklich Fuß fassen, sei es in Moskau, in Wolfsburg oder in Bremen. Und nun ist die Rückkehr des mittlerweile 29-Jährigen in den Preisgau perfekt zu der einzigen Station in seiner Karriere, wo er vollends überzeugen konnte bisher. Dementsprechend verliefen die Entwicklungen sowohl von Spieler als auch von Vereinen in die komplett entgegengesetzte Richtung. Während es bei Philipp weiter bergab ging, sein höchster Marktwert war bei 20 Millionen und das war ja auch die Ablöse, die Dortmund zahlte und somit ist er bis heute der dritteuerste Verkauf des SC Freiburg. Und im Gegenzug hast du halt den Verein, der sich stetig und kontinuierlich nach oben entwickelt hat und nun tatsächlich in der Europa League zum zweiten Mal in Folge vertreten ist. Und man schon sagen kann, dass es sich dabei um einen Top-Klub handelt. Daher hätte ich eine Rückkehr, was beim SC ja gar nicht mal so selten ist mit Ex-Spielern, eher ein wenig früher erwartet, da mittlerweile Philipp eigentlich vom Niveau her viel zu niedrig für den Sportklub ist. So kann man davon ausgehen, dass er nicht unbedingt die gesuchte Sofortverstärkung für den Kader ist, die Saja ja angekündigt hatte und dass er eher so ein bisschen für die Kaderbreite kommt. Denn da ist man nach einigen Abgängen und wenigen Neuzugängen bzw. auch Verletzungen unter anderem von Adamu recht dünn aufgestellt. Dennoch muss man sagen, wenn er irgendwo nochmal so richtig funktionieren sollte, dann in Freiburg. Denn wer schafft es besser, wie Christian Streich Spieler auf ihr altes Niveau zu heben, nachdem sie so ein bisschen eine Durststrecke in ihrer Karriere hatten. Gerade wenn er sie selbst ausgebildet hat, was ja bei Philipp der Fall ist, der damals in die Jugend des SC kam und dann halt eben zu den Profis hochgerückt ist und da dann auch Stammspieler wurde. Insgesamt mit 88 Profispielen, 18 Toren und 23 Vorlagen. Was auch wiederum so ein bisschen seine Qualitäten zeigt, denn die liegen vor allem im Kreativspiel. Und auch wenn er Offensivspieler ist und im Zentrum gesetzt ist, ist er eher eine hängende Spitze, wie jetzt ein Zielspieler, den man aber auch schon hat mit Gregoritsch, aber auch mit Höhler bzw. je nachdem auch Adamu. Und so kann er gut als hängende Spitze oder Zehner im 4-4-2 bzw. 4-2-3-1 eingesetzt werden, denn da hat man gerade ohnehin so ein bisschen einen Bedarf, da eben ein Kofi Dre weiterhin verletzt ist. Zudem spielt er aktuell Höhler, Gregoritsch vorne drin. Da limitiert man sich spielerisch auch so ein bisschen und da könnte ein Philipp, falls er wieder an alte Form anknüpfen kann, echt Gold wert sein, vor allem in der Kaderbreite. Man weiß einfach, was man mindestens kriegt. Vielleicht macht er auch nochmal einen krassen Sprung nach vorne und er hat auf jeden Fall auch die Grundlagen in seinem Spiel drin, denn er wurde bei Freiburg, wie gesagt, ausgebildet. Dementsprechend ist vor allem seine Arbeit gegen den Ball echt gut und das war sie auch bei seinen letzten Stationen, sei es jetzt Wolfsburg oder Bremen, wo man ja auch sagen muss, bei Bremen hat er nicht allzu viel gespielt, aber wenn, dann war das gar nicht mal so schlecht. Klar, nicht überragend, aber er hat im Spiel gegen den SC Freiburg natürlich treffen müssen und man muss sagen, er hatte auch bei Wolfsburg gute Phasen, weshalb er ja auch fest verpflichtet wurde, aber er konnte es halt einfach nicht konstant zeigen. Nun ist er also zurück beim SC Freiburg in einem Umfeld, in dem er sich eigentlich recht wohl fühlen sollte. Ich meine, nicht umsonst will er jetzt auch zurückkehren, kennt auch noch einige Spieler, denke ich, weil man da einfach eine gute Kaderachse hat, die ziemlich loyal ist und lange im Verein. Es liegt auf jeden Fall an ihm. Zunächst mal ist es eine Einjahresleihe für die Saison. Über Vertragsinhalte wurde stillschweigend vereinbart, wie natürlich typisch für den SC Freiburg, aber ich gehe mal davon aus, dass zumindest eine Kaufoption im Vertrag enthalten ist, falls nicht sogar eine Kaufpflicht, je nachdem, wie viel Einsatzzeit er bekommt. Es wurde ja auch schon vor der offiziellen Verkündung über einen Transfer im Bereich von einer Million Euro berichtet. Nun ist es also erstmal eine Laie, aber das Ganze ist auf jeden Fall nicht allzu kostspielig für den Sportclub und dementsprechend kann man eigentlich wenig falsch machen, gerade für die Kaderbreite, die extrem wichtig ist im kommenden Jahr mit der Dreifachbelastung mit den europäischen Spielen wieder einmal. Das soweit meine Analyse zur Rückkehr von Maxi Philipp zum SC Freiburg. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Teilt ihr meine Einschätzungen oder seht ihr es doch eher kritisch? Schreibt es gerne unten rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hot rein und ciao! Hot rein und ciao!